Ah, schaut mal, eine Gebietskarte. Das Gebiet scheint nicht sehr groß zu sein, aber der Eindruck kann ja täuschen. Zum Hinterhof, Büro des Aufsehers. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass es hier viele Wege gibt, die zum Ziel führen. Das ist ähnlich wie in Hitman. Also ich kann nicht wirklich alle zeigen. Da oben bietet sich schon mal wieder was an. Ja, da ist schon der Tipp, dass wir uns rein teleportieren sollen. Und da sind wir auch schon drin. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, beckend. Was hat er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die sieben Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Okay, durch diese Unterhaltung haben wir eine zusätzliche nicht-tödliche Option bekommen. Das heißt, wir könnten Campbell auch nicht-tödlich beseitigen, indem wir erstmal im Archiv nach den Informationen über das Zeichen des Ketzers suchen. Und ich denke, das werde ich auch machen. Ähm, ja, wir haben jetzt wieder zwei Runen. Das heißt, wir könnten irgendwas verbessern. Was würde uns denn momentan am meisten bringen? Ähm, Beherrschung bringt uns auf Stufe 1 nur die Kontrolle von Ratten oder Hexenfischen. Ähm, finde ich nicht wirklich so nützlich. Zeit verlangsamen. Ja, die erste Stufe ist auch nicht so sinnvoll. Wir könnten schon die zweite Stufe der Nachtsicht kaufen. Hm. Ich, äh, ich kaufe die Beweglichkeit. So, wir können höher springen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Äh, mal kurz schauen. Der da geht da rein. Das heißt, es sind hier nur noch zwei von den Gesellen. Oder? Scheinbar schon. Ähm, Momentchen. Kommen wir da rüber? Nee, das ist ein bisschen zu weit. Aber wir kommen da auf die Lampe rauf. Und von hier kommen wir da hoch, auf diese Sims. Sehr schön. Ihr merkt das, äh, Teleportieren, die Ausbaustufe davon, ist sehr, sehr nützlich. Gut, hier ist nichts, aber da hinten sind, äh, zwei Runen. Die möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Äh. Die ganzen Jungs hier können wir einfach stehen lassen. Ja, ich glaube, der Sims ist hier wirklich die, äh, die einfachste und sicherste Variante, reinzukommen. Oh, da liegen... Huch. Äh, Spiele auf deine Art. Alternative Wege. Ja, es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um deine Ziele zu erreichen. Sehr schön. Ich glaube, die Einländung hätte sogar schon viel früher kommen können oder sollen. Gut. Wir sind, äh, schon nah an unserem Ziel. Wir hätten auch durch die Tür gehen können, durch die die, äh, der eine Aufseher da verschwunden ist. Und ich glaube, da unten kann man auch unterirdisch entlang gehen. Aber hier sind wir momentan am sichersten. Ich gehe mal auf die Nachtsicht. Ihr seht, hier ist gut was los, also am Boden haben wir nicht wirklich was zu suchen. Da stehen die Fenster offen. Da sind die Brandmarkungsanweisungen. Die sollten wir uns natürlich besorgen. Da ist ein Aufseher. Da sind zwei Aufseher. Die sollten uns... Oh, drei. Ist da das Fenster... Nein, das Fenster ist nicht zu. ...haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt, wie sich einer der Fenster neben dem ersten Stock nicht schließen ließ. Und ich dachte, dadurch verschwinden zu können. Fand aber keinen Weg nach unten. Und als ich zurück wollte, hatte jemand das Fenster geschlossen. Verbrachte den Rest der Abregungszeit auf einem Sims. Haha, vielleicht hat der Outsider dabei zugesehen. Der Hans da ist. Okay. Ich würde gerne ein paar der Leutchen hier aus dem Spiel nehmen. Das heißt, wir müssen auf eine günstige Gelegenheit warten. Möglichst, wenn die sich gegenseitig nicht im Blick haben. Ich glaube, der da wäre ein gutes erstes Opfer. Der läuft weiter. Ich erneuere mal kurz die Nachtsicht. So, komm mal. Oh, oh. Hat uns da jemand von hinten gesehen? Ich hoffe mal nicht. Ich trage den hier raus. Da ist die Chance am kleinsten, dass er gefunden wird. Ihr seht, die tragen Masten, die Jungs. So, den hätten wir erledigt. Das speichere ich direkt mal. Da waren es, glaube ich, nur noch zwei. Aber wahrscheinlich waren das noch lange nicht alle. Aha, da vorne steht auch einer. Wenn ich mich nicht sehr irre, können wir da... Genau, wir können uns auch über die Lampen hier fortbewegen. So, dann könnten wir uns den auch noch schnappen. Genau, hinter ihm stehen. Sonst klappt es nicht mit dem Würden. Gut, das wäre er. Ähm, ich lege ihn mal... Ach, nu. Hat der uns gesehen oder hat der was gehört? Gute Frage. Gut, der hat scheinbar nicht wirklich was gesehen. Der denkt nur, er hat irgendwas gehört oder... ...sich irgendwas eingebildet. Das ist noch in Ordnung. Gut, dann schauen wir mal... ...vorsichtig. Schön auf der Nachtsicht bleiben. Unsere beste Fähigkeit. Du kommst mit. Der da oben führt zum Glück nur Selbstgespräche, wie es ausschaut. Den möchte ich mir eben auch mal schnell holen. Und dann haben wir die Lage hier ziemlich entschärft. Gut, du kannst da liegen bleiben. Aha, Corvo, Athanos, Aktivitäten. Das scroll ich schnell durch. Denn da unten sehe ich noch ein Laufen. Oh, da liegt eine Karte. Die stecke ich auch gerade mal ein. Da unten läuft noch ein Aufseher. Ja, bevor wir uns hier gemütlich umschauen, möchte ich den auch noch kurz ausschalten. Wenn unser Glück anhält. So, du kommst mit. Auf unserer starken, starken Schultern. Und dann legen wir dich auch da irgendwo in die Bibliothek. Am besten hier hin. Das zweite Gebot. Ich fürchte, hier wird es jede Menge Bücher geben. Konfiszierungs-Lok. Schön aufpassen, dass wir in keinen reinrennen. Ein Protokoll. Und die Anweisungen. Über das Brandmarken von Ketzern. Das Zeichen des Ketzers ist für jene Aufseher besser wir, die zwar gegen die Ordnung verstoßen, dabei aber die Gesetze nicht gebrochen haben, was ansonsten mit einer Hinrichtung enden würde. Personen, die das Zeichen tragen, dürfen nicht angesprochen werden und weder Hilfe noch Unterkunft erhalten. Diese Personen sind des Weiteren nicht länger im Orden und bei dessen Verbündeten willkommen. Das Zeichen wird in die Stirn eingebrannt, damit jener Mann die Sündhaftigkeit des Gebrandmarkten sehen kann. Die chemische Verbindung reagiert sofort und zeichnet den Ketzer für den Rest seines Lebens. Das Verhörzimmer im Büro des Oberaufsehers steht für das Brandmarkungsritual bereit. Aha, die zu Brandmarkten der Person muss im Verhörstil festgebunden und festgehalten werden, wenn das Zeichen eingebrannt wird. Das Zeichen des Ketzers wird im selben Raum aufbewahrt. Da haben wir also unsere Info und ich denke mal, das wäre für Campbell doch eine viel bessere Strafe, als ihn einfach mal eben kurz abzustechen. So, das Buch, da haben wir uns angeschaut. Da liegt noch gepökelter Fisch. Da verzichte ich. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da ist ein Buch. Da, die Prüfung der Begabung. Die haben wir aber definitiv schon mal angeklickt. Da ist noch ein Protokoll. Okay, dann war es das doch schon. Gut, dann müssen wir jetzt zu Campbells Büro. Das hatten wir, oder? Ja. Ich hoffe mal, wir haben den meisten Aufseher hier schon aus dem Verkehr gezogen. Das ist wieder so eine Alarmanlage, nicht? Die könnten wir direkt mal manipulieren. So, das heißt, selbst wenn sie uns entdecken, können sie keinen Alarm mehr auslösen. Was uns wahrscheinlich nur insofern was bringt, dass wir hier nicht das gesamte Gebäude am allerwertesten kleben haben. Gut, äh, ich glaube, wir kommen über den Sims. Ja, da ist das, äh, Besprechungszimmer. Moment, Runen. Da ist eine und da unten ist eine. Gut, gut, gut. Äh, eins nach dem anderen. Okay, sieht sicher aus. Was ist denn da? Ah ja, wir hörten ja, er will Körno vergiften. Das heißt, wir könnten das Gift zu Campbell schieben. Oder beide vergiften. Ähm, da wir Körno retten, und, äh, Campbell Brandmarken schütten wir das Getränk mal aus. Und da sehe ich, äh, ein Artefakt. Äh, eine Rune. Die kommen scheinbar gerade. Ähm, ach du, meine Güte. Wir haben keine Betäubungsbolzen mehr. Stimmt, ich habe ja so verdammt viele in die Wand gejagt. Auf der Straße. Äh, jetzt haben wir ein Problem. Finden wir da welche? Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Finden wir da welche? Das sind leider normale. Das ist nur ein Mana-Elixier. Oh. Jetzt haben wir ein Problem. Ich speichere mal kurz, weil, ähm... Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Das sind die Zeit, bis dahin zu lange. Das wird jetzt ein Problem, weil... Körno wird uns angreißen, wenn er uns sieht. Das ist auch nicht. Erst stirbt eine Rune und dann dies. Ein Wein? Ein tyfianischer Roter. Danke. Was zum... Wer war hier? Entschuldigen Sie, Hauptmann. Ich hatte einen gastlichen Unempfang für Sie geplant. Tja. Dann eben auch die Artikur. Was war das Ganze? Ich schnapp mir Körno mal. Und geh mit ihm aus dem Fenster. Ich lege ihn mal da ab. Da ist er sicher. So, das lief gut. Campbell hat nichts mitbekommen. Oh, oh. Da kommen die Wachen rein. So, jetzt müssen wir aber Campbell schnappen. Wo immer der hingegangen ist. Die patrouillieren jetzt also da. Äh, ist Campbell bei der... Nee, Campbell ist nicht bei der Rune. Verdammt. Jetzt haben wir diese beiden Wachen da rumlaufen. Das freut mich natürlich überhaupt nicht. Äh. Da steht auch noch eine Wache. Die möchte ich gerne ausschalten. Oh, oh. Da kommt jemand zurück. Wenn die sich getrennt haben, dann umso besser. Komm mal her, du. So, auf unsere Schulter. Und du gehst auch da raus. Wir pflanzen dich hier ins Eck. So. Das Problem wäre erledigt. Ich speichere nochmal. Äh. Kurnow ist da übrigens nicht in Sicherheit. Den müssen wir da hinschleppen. Das wird auch nochmal ein Späßchen. Aber zuerst müssen wir Campbell finden. Der hat sich ja dünne gemacht. Und diese eine Wache da würde ich gerne noch aus dem Verkehr ziehen, bevor der irgendwie die ausgeschalteten Wachen findet. Äh. Ich würde gerne da hoch. Lässt er mich nicht? Wer hat da ist? Na komm, hoch mit uns.